Fuck yeah! Fuck! Fuck! Da die Challenge natürlich so einfach für uns ist, versuchen wir jetzt noch ein paar Muscle-Ups. Auch wenn wir eigentlich keine können. Ich schaffe in 90 Sekunden mehr Liegestütz-Strecksprung-Klimmzug-Kombinationen als Kraftpaket-Fitness-Youtuber Sascha Huber. Ich bin doch schwach. Scheiße. Let's go! Oh! Halt echt eins. Jetzt sehen wir, dass es keinen macht. Traurig. Ohne Draht. Oh, das war gut. Das war ohne Schwung. Okay. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Aber ja erstmal ohne Schwungweine müssen schon am Anfang oben sein, okay? Ja. Okay. So, okay? Ja. Wie so ein kleiner Tiger, Alter. Die sind so knacksig aus. Schon egal. So schlecht aus. Jeder der hatet, soll es selber machen. Du musst dich einfach jetzt hängen lassen. Du hängst dich dran und dann gehst du direkt hoch. Du kannst grad hängen. Ich muss halt alle beides zum Leben hin. Das ist fürs Vieh. Lieber klein und zackig als groß und abbig. Ja. Ja, okay. Ja, okay. So ein gedank, sorry. Machst du, wenn ich jetzt zwei vorlege? Dann musst du auch zwei. Mach. Machst du oft nicht vorweg schon. Machst du auch. Wenn du jetzt zwei machst, was abweilig. Das ist nicht seltsam. Nee, oder? Machst du auch nicht sowas. Warte, ich mach mal bei dir. Ich hätte ihn eigentlich geschafft, aber vor Abbelastung. Warum machst du zwei ohne Absetzung dazu? Ich weiß es. Das Ding ist, bei dir sehen die halt auch immer so ein bisschen elegant aus. Ja, das ist nicht klein. Ich kann einfach um meine Winkel wissen. Ich setz mich da drauf, so wie so ein Wal auf die Stangen und so. Und rob mich dann hoch. Ich kann mir aber eigentlich nicht auf mir sitzen lassen. Oh, oh, oh. Der sah schon hart aus. Ich zeig dir, ich bin sein Walross. Aber jetzt geht's los. Aha. Ja, okay. Ganzes Setup. Umgeschwitzt. Das Walross. Das sieht man jetzt nicht richtig. Mach mal Pause. An dieser Stelle beenden wir das Video. Unsere Form ist einfach zu erbärmlich. Das konnten wir uns selber nicht mehr ansehen. Und ihr habt bestimmt auch schon abgeschaltet bei dieser Form. Aber wir werden diese Challenge doch mal wiederholen. Wir werden dafür trainieren. Und wir werden richtige Muscle-Ups machen. Also wartet ab in den nächsten Wochen. Kommt nochmal ein Muscle-Up-Challenge-Video. Und diesmal mit einer hoffentlich schönen Form. Ich kann dir 뭐가你好 değ Brian Humboldt zu fühlen. Jto hacer mal. Ich kann dir was такоеUSEpolle sind. Ich kann euch das mit einer hoffentlichen boxerisch machen.